Die Reise zum Mond ist so eine bemerkenswerte Geschichte und ich bin überrascht, dass sie noch nicht erzählt wurde. Es hat mich umgehauen, dass es über das berühmteste Ereignis der Weltgeschichte noch nie einen Kinofilm gab. Zwei, eins, Zündung. Es ist erschreckend, wie unbekannt dieser Mann und die Einzelheiten dieses Ereignisses sind. Wir steuern mit Volldampf auf Apolo zu. Sind Sie dabei? Ja, Sir. Man verfolgt Neil dabei, wie er sich seinem ultimativen Ziel nähert. Das ist keine normale Reise, Neil. Keine Fahrt zur Arbeit. Es ist schwer zu zeigen, wie gefährlich diese Missionen wirklich waren. Wir müssen die Fehler auf der Erde machen und nicht später da oben. Die Zuschauer sollen alles, wie die Astronauten sehen, hören und fühlen können. Sie nahmen im Prinzip Interkontinentalraketen und ersetzten die nukleare Ladung mit Menschen. Das macht einem erstmal bewusst, wie mutig diese Menschen waren. Wir haben herzliche Probleme. Neil. Wir sind uns alle einig. Wir wollen Sie als Kommandanten. Sie fliegen zum Mond. Der erste Mensch auf dem Mond. Das wird ein Ding. Bist du sicher? Das wird ein Abenteuer. Mom, was ist los? Nichts, Schatz. Dein Dad fliegt zum Mond. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Das ist ja ein fettes Gerät. Das Ding geht hoch wie eine Atombombe, wenn es explodiert. Neil, es gab ein Problem. Die Rakete ist nicht sicher. Hat Ihr Mann überlebt? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, Neil. Sie sind in der Mitte! Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sie sind tot, Neil. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Und der Preis? Ist jetzt ein bisschen spät für die Frage. Finden Sie nichts, Herr? Neil? Es könnte durchaus sein, dass die Jungs sich nie wiedersehen. Hat jemand mal ein Schweizer Armeemesser? Ein Schweizer Armeemesser? Soll das ein Witz sein? Kommst du auch bestimmt wieder? Wir haben die feste Absicht, wiederzukommen. Vielleicht schafft ihr es nicht. Viel Glück. Zehn, neun, Zündungsverkehrs eingehört. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Start! Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben das unter Kontrolle. Ihr habt nichts unter Kontrolle! Was ist los, Neil? Was ist los, Neil?